und wir spielen heute extrem tabu tabu mit wangenspreizer also christian du musst 45 sekunden mehr wörter erklären und ich muss sie erraten und ihr müsst hier links und rechts mal drauf gucken und dass er nicht die falschen begriffe benutzt nein du ich dann nicht los geht es geht das wenn es dir nicht so gut geht dann verhärt sich deine haut in eine pigmentstörung nein in eine haare es gibt auch wenn ich nicht gut dann bin ich blass naja und dann verhört sich dein gesicht dir geht es nicht gut weil du mich gerade spuckst und dann verhört sich deine haut was gibt es denn für sachen wo sich deine haut schärft wenn du nicht gesund bist die gelbsucht so die haut vorbei ja jetzt mal im ernst wenn sich deine haut schärft keine ahnung okay bist du jetzt nicht auch dran sonst spielen ja gut dann machen wir so genau also ich habe ich ja die habe ich ja 45 ne die gab du sagst wann es los geht jetzt du hast ja den klack äh du hast ja den höhlich gehört also schreckt nein das ist ein es kann essen und es ist länglich und es ist nicht es ist nicht rot sondern grün ja länglich ich kann es essen und dann kann es in äh kann es ist dünn es ist dünn es ist dünn lauch erste eins erste eins was ist das erste einer was ist das erste einer was hast ja hast du es in deiner körper ganz 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 äh deinem körper es riecht es gut es riecht ganz gut und stopp das riecht ganz gut es riecht nicht gut es riecht gar nicht gut es riecht ganz gut es riecht ganz gut das riecht ganz gut zwei karten haben wir zwei punkte haben wir richtig gut so kann man packen wer macht wohl mir oder ja wir müssen drauf gucken und auch die erste genau okay äh 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 wenn du eins aus den augen gekriegt hast du einen pfeilchen äh was machen wir hier heute abend spielen zeitverplempeln spenden sammeln spenden ja spenden ist okay äh äh nicht polizei sondern auch feuerwehr polizei behandelt äh ist ein äh ja wir sagen gott er ist aber nicht herkules nicht nicht in europa sondern in ägypten griechenland athen olymp er ist dick sei dick dick butter stopp so drei schon besser als wir beide zusammen so ein miss war willst du anfangen muss ich ja gar nicht machen ich gucke jetzt einfach mal auf die plätze fertig los ja äh ähm der größte fisch den du kennst ist ein wal und der die wal hat hat die qual das war gut das ist doch ein ins gesicht schlag das sieht aus der letzte vogel nicht reizer sondern reizer hockstrott disco tanz der letzte hockstrott charlie ich hab keine ahnung hockstrott tanz tanz hab ich schon gesagt gehabt er hat tanz gesagt tango 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 der letzte tango ach so er hat schon getanzt ja fünf so sehr gut nehmen die karten her zacki zacki ich hol schon mal die zehn euro raus hast du mal ein team zu lieben und ab sie okay und los also das kann man essen das kann man essen ein brot das ist das kann man essen kann man essen ja das ist auch ja ne das kann man mit rindergulade essen das ist etwas dazu ist das auch reich das kann man so sagen das ist eine rindergulade dazu ja das ist rindergulade dazu steck die zehn euro wieder ein rindergulade rindergulade dazu rindergulade dazu Nein, das ist ein Rinderroulade! Was? Knirrt mir! Es gibt doch nicht mehr, wenn er das Ding raucht hat! Rinderroulade! Du warst voll gesammelt wieder! So Rinderroulade, klar! Oh Mann! So! Jetzt musst du mindestens drei machen, sonst habt ihr verloren! Ich muss gerade erst mal beruhigen! Die Schiffflüder riecht und sich auch einfach nur so drauf! Wie kommt denn das Zeugdrehenbein? Rinderroulade! Ich hätte dir die Karte weglegen! Okay! Und... Mal mal anheben! Fertig, los! Äh, das ist... Da hast du das nicht auf? Gaspital! Ne, da kannst du das nicht... Da kannst du das auch so... Rausdrehen jetzt! Wir brauchen gar nichts! Schraubenzieher! Drehen, drehen, hat er gesagt! Ach, scheiße! So! Äh... Äh... Dein Handy! Ja, Handy! Handy! Raucht, ja? Ja, der raucht! Das raucht ja was! Der Akku! Er hat den Akku gebraucht! Er hat den Akku gebraucht! Er hat den Akku gebraucht! Kabel! Kabel! Steckst du in die... In die Buchse! Ja, in die... Kabel-Buchse! Alter, in der Ding! Da, Alter! Dann! Steckdose! Steckdose! Ey, Buchse! Steckdose! Es wird nur anders geschrieben! Aber es ist es! Ja, 9 Euro, wenn du sagst! Steck die 10 Euro wieder ein! Ja... Was ist denn? Und... Ja, doch! Er bezahlt! Er ist reicht! Hier! Na, oder? Buchse! Wie Buchse! Hast du denn Buchse? 10 Euro! Das ist ja so mein Wort, was ist... Badaboo! Rind ist Buchse! Rosé und äh... Wie heißt der nochmal? Karl-Heinz! Äh, Karl-Heinz Haarzenbeck! Müssen zahlen... 10 Euro! Das hat dich schon gesagt! Ja, ich... Ich bezahl auch! Äh, ja... Super! Sehr gut! Also 20 Euro von euch! Ja! Super! Sehr gut! Gut, alles klar! Ist ja für einen guten Zweck! Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen! Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht! Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat! Auf bei mir demonstriert! Einerens. Nachmittag! horaиться! Engst, bacakos! 酒 relacionat? Deineken. Alsoat upper Size. Flänker. Ta σου Nein! Daumen. Fahrer. Nachmittag! Traoise! Untertitelung des ZDF für funk, 2017